hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt vorab noch ein ganz kurzer nachtrag zu meinem gestrigen video über zollfreilager als ich hiermit noch einmal ausdrücklich betone dass ich nicht käuflich bin und dass ich mit euch auch nur meine absoluten überzeugungen teile denn ich erhalte beispielsweise viele kooperations anfragen von unternehmen im bereich der edelmetall verwahrung aber ich kann in den gegenwärtigen zeiten wie gesagt von dieser form der lagerung einfach nur abraten ich mache jetzt seit ungefähr acht jahren youtube und habe grob 1000 video beiträge zur reinen aufklärung mit euch geteilt ohne dass mir irgendjemand ins wort redet und das wird auch so bleiben ja und wozu sollte ich auch mein ganzes wissen ja mit ins grab nehmen naja das entsprechende video von gestern das findet ihr hier oben verlinkt ja irgendwo hier einmal anschauen gerne und ja abonniert an dieser stelle auch gerne diesen youtube kanal für weitere videos von mir und aktiviert die glocke jedenfalls gibt es aber nicht wenige selbsternannte edelmetallexperten die sich schon für ein paar tausend euro sponsoring oder ähnliches prostituieren und damit fremdbestimmen lassen und damit komme ich dann auch schon zum eigentlichen thema des heutigen videos denn mir ist einmal wirklich wichtig die persönliche berufung hervorzuheben und vor allem auch ja das wachen über die eigene ehre was per definition die unverletztheit in körperlicher wie geistiger ja materieller wie ideeller hinsicht ist und damit komme ich dann oder damit möchte ich dann beispielsweise auf gegenwärtige politiker gemünzt sagen dass ihr verhalten insofern verachtungswürdig ist als sie von geld macht und bewunderung ja motiviert sind was man unter anderem daran merken kann wenn von einer so und so viele stunden arbeitswoche die rede ist oder aber von urlaub ja jedenfalls sind meines erachtens die zeiten als es noch eine absolute ehre war ehre war ja ein politisches amt zu verkörpern diese zeiten sind längst vorbei wobei das alles von mir gesagte aber natürlich keine pauschalisierung ist aber um an dieser stelle einmal ein historisches beispiel zu geben in spachter da waren es seinerzeit die sogenannten eforen die über die allergrößte macht verfügten und das waren gewöhnlich fünf lebenserfahrene männer ab 60 jahren die jeweils nur für ein jahr gewählt wurden und die auch nicht wieder gewählt werden konnten es gab also keine macht im sinne der behauptung des eigenen willens gegen den willen der anderen und wer als efore nicht im sinne des spartanischen volkes gehandelt hat der wurde dann nach seiner amtszeit nicht selten äußerst hart bestraft ja um hier nicht ins detail zu gehen und wenn man hingegen aber gut gehandelt hat als efore dann blieb man gewöhnlich eng mit dem ältestenrat verbunden der sogenannten gerusia um so zwischen den vollbürgern und der politischen führung zu vermitteln aber zurück zur gegenwacht auf mich macht es den eindruck als würden viele politiker sich nicht zu dieser gewissermaßen höheren tätigkeit berufen fühlen ja denn anderenfalls wäre man meines erachtens rund um die uhr und mit herz und mit seele für das eigene volk da und sieht es auch als größte ehre an für die menschen für das eigene volk sprechen zu dürfen ja jedenfalls war das wort tugend das war ursprünglich einmal ein synonym für den adel mit seinen eigenschaften wie moralische exzellenz tapferkeit und integrität und in anbetracht der tatsache dass die zumindest bundesdeutsche politik szene ob der geschichtlichen brüche des 20 jahrhunderts kleinbürgerlich geprägt ist ja und die demokratie im grunde genommen allein zum vorteil der armen dient dann kann man daraus psychoanalytisch seine schlüsse ziehen möchte ich meinen ja schon vor ungefähr 2400 jahren da hat xenophon gesagt dass es einmal eine zeit gab in der die bürger sich darum bemühten würdig zu sein um zu führen aber heute verwenden sie ihre anstrengungen viel lieber darauf die herrschaft auszuüben als dieser würdig zu sein ja und man könnte meinen das hat jemand von heute geschrieben ja es ist 2400 jahre alt in diesem sinne wie sind eure gedanken zu dem ganzen schreibt jetzt gerne einen kommentar unter dieses video und wenn ihr noch mehr videos von mir sehen und ihr meine unabhängige arbeit hier auf youtube unterstützen möchte dann abonniert jetzt wie gesagt völlig kostenlos aber nicht umsonst diesen youtube kanal und falls ihr es bis hierher noch nicht getan habt dann lasst jetzt gerne einen daumen nach oben da und in jedem fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten video wieder euch alles erdenklich gute habt eine tolle zeit auf bald bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal